5. August 2018 17.09. Welttimed wurde der Favoritenrolle gerecht und gewann Favoritensieg im Deutschen Stutenderby. Welttimed setzte sich als 32 zu 10 Chance auf der Galopprennbahn in Düsseldorf in der mit 500.000 Euro dotierten Prüfung durch. Die Dreijährige verwies unter Jockey Philippe Minarit Knight of England mit Andra Starke im Sattel auf Platz 2. Dritte Nacht 2200 Metern wurde Außenseiterin Wanda of Lips mit Alexander Peach. Welttimed wird von Jean-Pierre Carvalho trainiert. Bei ihrem fünften Karrierestart war es der vierte Sieg. Insgesamt rückten elf Stuten in die Boxen ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017